gibt es eigentlich star wars fans die hier mal minecraft let's play gucken und was haltet ihr von den neuen star wars film was haltet ihr von den neuen neuen star wars film der da jetzt bald in die kinos kommen sollen tun hatten haben könnte machen kann hätte eher so naja lieber mal gucken oder so geil 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 mehr 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 wo hab ich denn die clean stones ach die die erde nehmen wir mit da pack ich erstmal wieder hier rein ach gott so viel platz habe ich gar nicht für die ganzen lang die nehme ich mal mit die das auch mit die schere brauche ich glaube ich nicht ach quatsch dann gehen wir mal schlafen und dann gehen wir nach unten ja eigentlich müssten wir da wir ja dieses haus hier schon umgebaut haben müssten wir ja das andere auf der anderen seite ich zeige euch das mal kurz ja ja jetzt weiß ich was ich darf noch nicht runter gehen müssten wir hier das dach auch neu machen aber ich möchte das eigentlich nicht so haben wie hier weil das sind zu wuchtig aussieht ich glaube ich lasse das auch so flach zumindest bis mir da was besseres einfällt was du denn hier du arschloch ich hasse es zu spät ins bett zu gehen immer immer wieder immer wieder das vordach hier haben irgendwas gegen das vordach ich weiß nicht was ich habe meine ganze wolle weggesprengt mit der arschis so was wolle wolle rose kaufen ach so holz da gut nehmen wir auch mit knochen können direkt weg packen so was machst du denn hier hallo kommen sie mal runter das ist hier nicht ihr haus unglaublich da bist du mal zwei minuten nicht da hast du ein aufgesprengtes haus und die denken gleich sie können hier einziehen so ja entsteht okay erst mal gucken wie das gebaut ha sun Nein. So. Hier haben wir zwei Fenster. So. Wollen wir noch Fenster? Nee, 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 nee. Was ihr das noch nicht gesagt habt? Nee. Nee, 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 nee. Was brauche ich noch? Fenster, habe ich gesagt. Boop, 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 boop. Weil dieses Suizidkommando Nord hier am Fenster ist ja furchtbar. Achso, guck mal, ich muss natürlich auch die ganzen Fackeln hier noch dran packen. Hier hatte ich aber auch keine Fackeln dran, nee, nee. Kann natürlich auch damit zusammenhängen. Aber wieder typisch, typisch so Creeper. Ich tue mich mit dem Skelett zusammen. Das Skelett wird den ablenken und dann kann ich nämlich von hinten so boom. Sag ja, wenn die kommen, dann von hinten. Schweine. Schweine. Nee, 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 nee. So. Würdet ihr eigentlich wieder ein paar Videos von meiner Kreativwelt sehen wollen, würden tun? Da hat sich ja auch ein bisschen getan, seit der letzten Folge. Aber die, die natürlich beim Stream mitschauen, die kennen natürlich schon vieles. Wobei, da hat sich auch schon einiges geändert. Letztes Stream ist jetzt ja auch schon ein bisschen her. Aus Gründen, wie Krankenhausbesuch. So, das nehmen wir mal mit. Das Weed nehmen wir auch mit. Das könnt ihr mir einfach mal in die Kommentare schreiben, denn würde ich da nämlich was aufnehmen. So ein kleines Let's Show vielleicht. Aber nur, wenn ihr da Interesse dran habt, ansonsten. Würde ich das lassen. Jo. Achso. Sind das eigentlich vier? Nö. Nö, sind's nicht. Bapadabap. Wäre ja auch zu einfach. Warte mal, dann können wir es ja eigentlich hier machen. Dann erst verfüttern wir unten. Ja, ja. Schnauf dir mal da unten rum. Futter gibt's ja jetzt. Futter, Futter. Weil ich eigentlich Möhrchen mitnehmen müsste. Guck mal her. Ja. Oh, du hast auch noch einen. Möhrchen für die Schweinchen. Da ist schon wieder eins ausgebrochen. Kann ich aber gar nicht. Ist ja alles zu hier. Die können hier eigentlich nicht ausbrechen. Das ist schier unmöglich. Aber ich könnte die Schafe nochmal füttern. Das sind bestimmt die sowieso schon ausgebrochenen. Also ne, die wollen wir überhalten. Okay. Ja. Als nächstes werde ich hier die was ist das denn? Wann wächst sowas denn da drauf? Okay. Ach guck mal, hier haben wir ja Möhrchen. Wir brauchen nämlich auf jeden Fall noch neue Schweinchen. Ähm. Ich werde hier das Haus hier gleich wegreißen. Und dann werde ich die Pferde auch erstmal woanders hin tun. So. Schweine. Schweine. Es ist Liebe angesagt. Schweine. Haben wir noch ein Schwein, was noch keine Liebe bekommen hat? Liebe. Schwein. Liebe. Liebe Schwein. Nö. Na gut. Zumindest noch ein paar Schweine. Klappe zu. Schweine tot. Ja. Und die Pferde, wo bringen wir die Pferde erstmal unter? Das ist natürlich jetzt eine gute Frage. Haben wir noch Leinen? Ne, aber Scheren haben wir hier. Das können wir hier alles mal rausnehmen. Ähm. Leinen haben wir keine mehr. Zumindest nicht hier. Badam, badam, badam. Mhahaha. Ich dachte, ich hätte hier oben, da unten, die Leinen. Dann habe ich die wohl oben. Das ist natürlich doof. Wobei, wenn wir die, ach, fuck. Wenn wir die Pferde nach oben bringen, die rennen ja eigentlich nicht weit weg. Die könnten wir auch im Dorf lassen. Da rennen die ja auch nicht weg. Ich mein, das ist ja alles eingezäunt, mehr oder weniger. Zumindest bis die neue Behausung fertig ist von den Damen und Herren. Oh, da ist noch ein Samen. Natürlich immer doof, dass man so viele neue Samen hier benutzen muss. Ja ok, zwei Stacks oder fast zwei Stacks ist schon ein bisschen was. Wenn wir da hinten auf den Feldern nicht wirklich viel ausmachen, aber naja gut. Wie machen wir das? Wie machen wir das? Wie machen das? Haben wir denn überhaupt für jedes Pferdchen einen Sattel? Nö, das haben wir auch nicht. Das fängt ja schon super an. Das Bett lassen wir mal eben stehen. Das hier können wir mal wegnehmen, das nehmen wir auch weg. Dü 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 dü. Können die oben irgendwo runterfallen? Da haben wir eigentlich alles eingezäunt. Na ja. Eigentlich. Eigentlich. Eigentlich nicht. Oh, ich muss hier mal eben ausleuchten. Keine Lust, dass hier... Was ist das denn da hinten? Ach, Kakteen. Denk gerade, was ist da denn kaputt? Dü 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 dü. So, hier kommt auch noch eine hin. Mehr Fackeln können wir auch nicht bauen. Wir können ja einfach mal gucken, wie weit die hier sich verkrümeln. Normalerweise bleiben die ja in der Nähe. Normalerweise. Ich hoffe es zumindest. Lass die es tun. Ah, ich sollte schlafen gehen. Ansonsten haben wir hier gleich wieder Creeper Show. So. Man kennt sie ja. Hallo Creeper. Und so. Oh. Nicht reinfallen. So. Ich bin mir immer noch nicht sicher, ob ich dieses Haus hier... Ähm. Bzw. Bzw. die Pferde hier lassen will. Oder ob ich die auf der anderen Seite irgendwo anpflanze. Pff. Anpflanze. Das klingt ja auch geil. Ich pflanze meine Pferde ane. Anpflanze. Anpflanzen meine ich mit an 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 an. Heuern. An. Dingsen. Anbauen. Anbauen. Nein. Anbauen. Oh nicht. Ansiedeln. So ist das Wort. Genau. Schweres Wort. Hatten wir in der Schule nicht das Wort. Musste ich erst nachschlagen. Google ist mein Freund. Google und ich sind nämlich so. So ganz eng. Dicke. Dicke Freunde. Google. Google. Google und ich. So genug Scheiße gelabert. Ähm. Mach doch mal hier. La Glasscheiben weg. So. Ja ob ich die jetzt hier lassen will. Weil ich hatte ja eigentlich vor. Der Plan. Der Plan der Pläne war ja. Das wir. Ja. Das kann ich da eigentlich auch mit der abbauen ne. Können wir die auch wieder mitnehmen. Das fällt mir bei den letzten drei Steinen ein. Ähm. Ob wir hier so ein Haus rein bauen. Aber wir haben hier halt für die Pferde nicht wirklich viel Platz. Aber wo haben wir denn richtig viel Platz. Für die Pferde. Wo wir da auch dann nicht. Ähm. 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 So weit hin. Rennen müssen. So kommt hier mal rein. Dann nennen wir mit. So. Kommt hier mal rein. Schere. Schere. Die Schere hatte ich. Hier wegen den. Zigeuner. Ziegen. Dinger. Komm ich denn auf Zigeuner? Wegen den. Ziegen halt. Schafe. Komm ich denn auf Ziege. Hä? Bist du verwirrt oder was? So. Dann kommt hier die Erde rein. Tipp. 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 Haben wir das. Haben wir hier irgendwo noch ne Truhe? Da haben wir noch ne Truhe. Ja. Oh. Ganz genau. Gucken ob wir hier irgendwas haben. Was uns die Luft sprengen könnte. Ach hier haben wir sogar noch ne Truhe. Machen wir das so. Da packen wir rein. 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 Das können wir da erstmal reinpacken. Und die Scheren. Weil die können hier unten bleiben. Die brauchen wir wenn wir an die Schafe gehen. So. Achso das Bett. Tja. Wie gesagt. Wir haben halt hier. Tja. 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 Hmm